her der leute anhanden hat sie kommen jetzt einer weiteren folge erblends was sonst gern war vor zusammen mit markus und wir gehen ab mit unseren tarnranger an zum gegenwärtig der letzten runde mit dem tanker mich er jetzt schon das finden besser sein wird es nicht keine Ahnung ich kann mit dem Tarnwächer nicht wie so auch immer weil er ihn auch anmacht haben wir nicht mehr gesehen an der Schöpfung ich habe wieder auf der Lage so du auch dort der Garten von meiner okay er ist die Gitterkrieg die Sonnenblume die Feuers an den Blumen hätte ich eigentlich eine Sonnenblume gesehen und dann konnte ich die Treppe und dann habe ich auf drauf geschont ja und ich habe ja davor schon 80 der Mensch gedrückt oder so ja meine ich habe deutsche Segenung ja ist klar und jetzt wird mich so eine scheiß Zukunftskarte mit zwei Schüsse weg das heißt Krieg aber das ist die Zukunftskarte so ist das erledige eine Kaktusdrohne mit ZPG-Raketen Jo Geile Mission mach ich jeden Tag mach ich jeden Tag eigentlich überlebte diese scheiß Zukunftskartee ne ich geh gerade noch die andere Kaktee aber die Fäckte auch nicht oh die lädt sich auf Alter die sich schon wieder mir geben komm schon verreckt doch endlich die verreckt nicht schlamm hast du sie wieder das Zukunftskartee ja ich hab ja ja ich hab die Gäste schon die ganze Zeit auf die Flucht ich hab dir bestimmt auch nichts für mich gegeben da hast du ja wieder eine Vorlage Digger langsam rageig da komm schon jetzt das ist meiner das ist meiner nein wieder eine Vorlage ne für die Hälfte aber wir sind ja gerade neulich 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 ja neulich weiß auch wo ich hier hingehe ich komm dann zu dir nein du es neulich von der anderen Seite und klaus mir alle Kills ja das geht auch wo jetzt jetzt kommen die Lags wieder jetzt wo ich perfekt auf einen Schussfeld hab ich auf einmal so ein Lag Jo ich hab's geschafft jetzt Leute jetzt kommt die Leckschuld jetzt ist die Leckschuld schon Leute das ist und den nächsten 3er Streak da kommt ein Schlapper Jo 4er Streak jetzt geht's ab hier ok dann komm nicht hoch 5er Streak ich sag ja ich weiß wo ich hin muss ja ich weiß wo ich hin muss meine Topf an sich stört geil ja die ist auch böse 6er Street 6er Street ach komm schon schon wieder so eine Zukunftskaktee Kemp's nur mehr Domen oder was? Oh fuck, so wohl Kacktee! Oh ne, oh ne, oh fuck, oh fuck, oh fuck, mach ich nicht Kacktee Kommt auch noch ein Sonneneroptionsstrahl Diesen Miese Tasselie Ok, ich muss mir wieder eine andere Position suchen, die warten schon auf mich alle What the fuck? Ich lebe noch Hm, noch Doch Aber es war knapp Ok, Positionswechsel Down! Uuuuh Schnell weg Ne weg Das läuft bei mir schon, oh da bist du jetzt, aber klar 7 Na auf Platz, bah! Ah Es gibt mal okay Hm, nicht hoch, ich hab' 18 Leifolder Ja, ich hab' das Schwierig, das Scheiß Oh nein, Sombrero Oh fuck, oh fuck, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Oh ja, here's station Oh ja Oh ne jetzt ist es ein glück hat die hielstation die geschützte hielstation haben sie jetzt explodiert jetzt pushen wir die treppe wieder hoch katholiz er ist neuerl gewonnen im nahkampf wenn du mitlauern an einem zukunftsgarten ich habe die zukunftsgarten gerägt neuner streak aber es hat langsam in den garten feuer ohne dass eine 10er stehen alter lassen scheiß voll topfuck bursche der sonnenpol ist nicht mehr hat die jetzt getötet ich werde wir schaffen es jetzt nicht diesen garten zu holen und ich halte den pferd nachkampf was ohne schalldämpfer nachkampf ne schalldämpfer nachkampf ja aber hast du gar kein schalldämpfer ja aber der erbsen schalldämpfer hat einen erbsen agent hat einen ja das stimmt und da hat man wenig chancen bei einem erbsen hallo jetzt habe ich auch ein kill gemacht er stand gerade extra zeit ne ja und wir haben dazu verloren ich habe trotzdem verloren äh wer hat jetzt kill gerapet ich glaube du hast es wieder gerapet ich glaube du hast es wieder gerapet ich habe wieder gerapet oh ich habe eine höchste abschüsse na klatt ist unentschieden mein Freund ne ne ich habe abschüsse du bist gestorben alter das anweserding müssen wir wiederholen das ist ein klattes unentschieden mein Freund äh ne alter ja sorry ey wir sehen uns das nächste mal Leute bis dann wenn ich sagen ich habe tausend Punkte mehr servus und ciao ciao